Lilly, was machst du da oben? Ich glaube, das hat sie sich vom Arm abgeguckt. Kommst du da mal runter? Ja, so wie du hochgekommen bist. Schatzi. Du, du müsstest jetzt reinkommen. Die hat sich gedacht, wenn ihr mich immer von der Treppe runterholt, dann kippe ich jetzt mal. Ja, da kriegen wir dich nicht. Ja, du musst hier hinten rum. So wie du hochgekommen bist. Wie bist du denn da hochgekommen? Ja, wie weißt du nicht mehr? Soll ich dich auffangen? Schatzi, du machst Handy? Schatz? Schatz, halt du mal das Handy. Ich fange sie auf. Doch, ich kann das, Lilly. Hast du es? Ich habe es, Schatz. Lilly, komm her. Komm. 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 Ich glaube, sie ist sich da nicht so ganz sicher. Ja, roll dich da einfach. Das passt dann schon. Okay. Warte, dann gucken wir mal, wie sie da hochgekommen ist. Du hast das Handy. Du bleibst bei der Katze. Ich guck mal. Bist du da hinten über das Gerümpel hoch, Lilly? Hä? Ja? Ich klinge mal aus. Schatzi, kannst du auch nicht aus der Fleder, musst du sagen? Nein. Lilly? Batman. Bist du übrigens Gerümpel hoch? Hä? Schatz, wenn meine Katze auf dem Loch... Ja. Ich stehe hier unten, wenn sie runterfällt, fange ich sie auf. Komm, Lilly. Spring zu mir. Miau. Doch. Das geht. Los. Da bellt was. Na? Schatzi. Achtung, lass mich mal hier hinter dich. Lillychen. Lilly, soll ich auf die Mülltonne klettern? Lilly? Ich könnte in die Mülltonne klettern. Und dann Otto. Falsche Richtung. Lilly, das ist die falsche Richtung. Ja, jetzt musst du sie gucken. Oh nein, Entschuldigung, ich habe mich auf deinen Fuß gestellt. Warum hast du auch Flip-Flops an? Ja, habe ich nie mit Absicht gemacht. Lilly? Okay, warte. Ich steige jetzt irgendwo drauf. Ja? Wo steigst du? Was machst du? Guck mal was ran. Ja, die wird da hinten... Aber das Blöde ist, da hinten... Da ist... Da war ich eine Fledermaus. Da ist so viel gerumpelt. Da muss man schon echt... Pass auf, weil diese Dinger, die da hängen... Da kannst du sich nämlich... Siehst du das? Ja. Pass bitte auf... Okay. Irgendwie würde ich voll gerne dieses Ding da wegschieben. Was? Ja, das mit den Zacken da. Weil... Ja, das ist so ein Gitter. Und das siehst du jetzt nicht in dem Licht. Und ich komme da halt einfach nicht hin, weil hier zu viel Gerümpel rumliegt. Ja, willkommen in Messihausen. Ja. Hallo. Ja, hallo. Hallo mein Schatz. Komm mal hier. Hi. Sag, ich bin noch nicht dumm. Was sind das hier für Stühle? Ich habe keine Ahnung. Komm her. Annimm du mal das Handy. Du bist... Du bist... Du bist mir... Weißt du was? Also... Also wirklich. Die will nicht rein. Aber sowas von... Aber sich hier... Ach. Trauen und spielen. Trauen und spielen. Sag, fass mich nicht an, Papa. Oho. Ja, wer kommt da? Hallo. Hi. Tut mir leid. Wir werden doch gleich gekommen, dich abholen. Ging's zu lang. Hm? Ja, jetzt wirst du dich wieder gekrault haben. Du bist... Schatzi, der hat jetzt wahrscheinlich uns die ganze Zeit gehört und hat sich gedacht, wann kommen die endlich? Wann kommen die endlich? Wann holen die mich ab? Und jetzt bist du dann allein gekommen, gell? Hast du gedacht, jetzt will ich auch sehen, was hier los ist. So, Kinders. Schatzi, das weißt du, das ist unglaublich. Oh, ja, aber hier, oh ja, jetzt darfst du mich kraulen. Und dann darfst du dich gleich wieder. Ah. Ah. Weißt du was? Wann ich mich gern haben. Ich kann es hier selber runterkommen. Was machst du da unten? Pinkeln. Okay. Lilly, guck, der Aramis ist da. Okay. Und drauf. Ich möchte übrigens erwähnen, das ist nicht unser Zeug hier. Ist selbst der Katze zu. Nicht ganz geheuer. Lilly. Schatzi, komm mal her. Geht jetzt wieder aufs Dach, oder was? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt geht aber alles ab. Was ist mit den Katzen heute los? Die sind sehr abenteuerlustig. Weißt du, was krass ist, wie hell es auf dem Handy aussieht. Lilly, kommst du mal? Komm mal her. Oh, Schnörkel. Komm mal her, Schatz. Komm mal zu mir. Lilly. Komm mal her. Kinder? Jemand hat Pute im Kühlschrank? Ja, das war klar. Du hast es gerade gesehen. Die sind auch. Ich spring da jetzt runter. Ah, doch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich trau mich nicht. Willst du Pute? Ja? Aramis. Komm, wir gehen rein. Komm, es gibt Pute. Lilly. Gehst du jetzt runter, oder nicht? Komm, Lilly. Ja, nein. Komm mal her. Soll ich dich runterheben? Nein, nein, warte. Warte mal. Geh mal weg. Oder ballst du mich dann wieder. Aramis. Nimm du mal. Ich nimm sie. Lilly. Komm, ich. Komm, sie schaff's. Oh, Schubkarre. Super. Komm. Oh, Aramis. Ja, hallo. Komm. Ja, komm. Schnell. Rein mit dir. Wusch. Kannst du eins? Es ist kein Essen mehr da, was echt asozial ist. Wo ist du, Lilly? 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 Ich weiß nicht, es ist zu dunkel. Ich seh nichts. Ich versuch's mit der, mit diesem Restlicht. Oh, das ist so geil. Guck mal, wie hell das jetzt aussieht, aber sie ist da nicht, oder? Äh, was ist das? Ach, ein Auto mit Musik. Lilly? Hä? Hinter dir. Anderes Auto. Wo? Ah, da unten. Da. Hallo. Hi. Komm mal zu mir. Komm mal her. Sag, ihr denkt doch, ich bin dumm. Komm. Hihi. Hä? Oh mein Gott. Lilly? Oh mein Gott. Schau mal, Lilly. Guck mal. So viel Brute. Oh mein Gott, ist das viel Brute. Oh mein Gott, ist das viel Brute. Hä? Komm, Lilly. Komm, Lilly. Na komm. Komm, Lilly. Komm, für so'n großes Sch... Schatz, wenn du dich schon ein bisschen seitlich platzierst, könntest du sie dann hochnehmen, oder soll ich's machen? Ich nehm die nicht mal hoch. Die wollte ich auch mal nicht. Okay, dann mach ich das. Dafür müsstest du das Handy nehmen. Ach, die ist echt clever. Ach, die ist echt clever. Ach, das sieht besonders. ettbewerben Sie uns vor dujaAudio auf dich deinem Leben definieren? Es ist leichter.